Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kandia 2. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei den Room of Chaos. Und ja, wir wollen uns jetzt mal gegen Warmors Ei versuchen. So, das Umrichten. So, wir wollen uns jetzt mal wiederholen. So, wir wollen uns jetzt mal wiederholen. So, wir wollen uns jetzt mal wiederholen. Oh, hey, how does that feel? 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 Das war's für heute. Ja, wie sieht es aus? Der Kampf, der kann einen ankurzeln. Ja, wie sieht es aus? 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 Hier geht's mein IMPACT BOMB! Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Das war's für heute. Das sollte helfen! Das war's für heute. Dammit! Das sollte helfen! Das sollte helfen! Hmmmm... Hm. Warnen. 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 Skye Dragon Slash! Wann werden Sie verletzt. Warnen. 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 Heilt doch mal, Mensch! Warnen. Warnen. Das war's für heute. Flach! You shall be defeated! Out, out, out! There you go! Das war's für heute. Hm? I don't know He's on the ground He's on the ground Der Kampf ist egal, wie lang der Kampf dauert. Der Kampf ist egal, wie lang der Kampf ist. Der Kampf ist egal, wie lang der Kampf ist. Oh, jetzt ist er wieder im Rennen. Ausfall. BÄÄÄÄÄÄM! Jetzt können Sie ein komisches Delta-Bürst nicht mehr machen. Jetzt können Sie nur angreifen. Mann! So nervig ey! Da sind dort zockende Hunde umfallen. Oh, komm, wir schaffen mal jetzt. Komm! Jetzt! Oh! Hmm! Ben! Da werden. Boah-weihnie. Danke. 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 Okay, machen wir jetzt mal einen Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Port-Video. Bis dahin. Und tschüss.